Hallo sehr verehrte Herren und Damen in der heutigen Tageschlau. Heute haben wir ein eher erschreckendes Thema. Unser Wetterforscht Helena Hellengroos und ihr Kamerateam sind auf ein ungewöhnliches Geisterhaus gestoßen. Sie rapportiert dort live. Ja, hallo Rusi. Ja, das ist wie immer saukaltes Wetter. Ich meine, wir rapportieren eigentlich eher das Geisterhaus. Ja, ach so, ja. Wir haben eine fürchterliche Entdeckung gemacht. Hinter mir ist ein riesengroßes Geisterhaus. Und da gehen wir hin. So ein Mist. Die Tür ist abgeschlossen. Dann muss ich sie wohl mit Gewalt aufbrechen. Geh mal rein. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Was machen wir denn jetzt los? Ich glaube, sie müssen den Weg jetzt ohne mich weiter machen. Das kann ich doch nicht. Schau dir doch mal mein Bein an. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Das kann ich euch nicht mehr bewegen. Es tut mir so leid, Kommandant. Das ist ein Geist. Sie müssen jetzt wirklich loslaufen. Echt? Ja. 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 Oh mein Gott, meine Herren und Damen. Hoffen wir doch mal, dass Halle nach Hellengruß heute noch heilende Redaktion ankommt. Das war so eine Tageschleuch. Ich höre dir doch einen wunderschönen Tag. Ich höre dir doch mal, dass Halle nach Hellengruß heute noch heilende Redaktion ankommt.